Ja, Abu Bakr al-Siddiq r.a. sorgte sich um eine Person, einen nahen Verwandten, aber dieser nahe Verwandte, als die Geschichte mit Aisha stattfand und die Munafiqin gesagt haben, sie wäre fremdgegangen, war er auch dabei, dieser Verwandte von Abu Bakr r.a. Und er hat auch mitgeredet, oh, wer weiß, kann sein, was hat Abu Bakr al-Siddiq getan, hat er gesagt, ach so bist du, also gebe ich dir nichts mehr. Und dann offenbarte Allah diese Ähre, subhanallah. Wie oft helfen wir nicht mehr unseren Geschwistern, haben keinen Kontakt mehr zu unseren Geschwistern, wegen Sachen, die überhaupt nichts wert sind. Wegen vielleicht Meinungsverschiedenheiten oder Allahu A'la, mir gefällt seine Farbe nicht oder seine Kleidung. Ja, also Sachen, die überhaupt nicht die Beziehung, die Liebe zwischen den Muslimen zerstören darf. Nicht mal ankratzen. Die Ähre ist, und es sollen diejenigen von euch, die Überfluss und Wohlstand besitzen, nicht schwören, sie würden den Verwandten, den Armen und denjenigen, die auf Allahs Weg ausgewandert sind, nichts mehr geben. Sondern sie sollen verzeihen. Man muss sich mal das vorstellen. Abu Bakr soll verzeihen, obwohl man über seine Tochter schlecht geredet hat. Wir verzeihen nicht mal, wenn man einen Scherz gemacht hat und vielleicht hat man das falsch verstanden. Oh, ich rede nicht mehr mit dem. Oh, d'Allah u'a'lm. Irgendetwas anderes. Sondern sie sollen verzeihen und nachsichtig sein. Liebt ihr es selbst nicht, dass Allah euch vergibt? Da sagte Abu Bakr, Bela. Doch, ich möchte, dass Allah mir verzeiht. Also hat er ihm weiter geholfen.